Da beißt mir ein Schiff. Willst du das? So war es mir, ne? Wie beißt ein Schiff? So, dann machen wir mit auf die Löwe von dir, hm? Ja, du bist eine gute Mama. Du bist eine ganz gute Mama. Ja, du bist eine gute. Oh, das hat er gerade gegeben, das Spitzfreund hier. Das hat er gerade gegeben, das Spitzfreund hier. Oh Gott, ich bemüttel den Riff. Ich glaube, was das sei, wenn wir eine Ligarene gemacht haben. Das ist ein kleiner Mats. Und du, hast du schön geschlagen, hä? Ja, da kommt noch die Ligarene hinterhergeguckt, hä? Ja, da wollte ich gerade spielen mit mir. Ja, das ist ein kleiner Matsch. Ja, das ist ein kleiner Matsch. Ja, das ist ein kleiner Matsch. Du bist ein guter Mann. Alles wieder gut, ja. Alles wieder gut. Du bist unser Beste. Du bist unser Beste. Ja, ist gut. Und darum komm noch etwas näher an und hol es dir. Jetzt ist er verrückt. Jetzt wird der Sache verpasst. Du bist unser Beste. Du bist unser Beste. Du bist unser Beste. Unser Beste. Du bist unser Beste. Dann komm da. Um, dann komm da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und auf die Fliesen ist sie gehoppelt. Und ich denke, dass es doch ganz gut zusammengewachsen ist, zumindest lauter Röntgenaufnahmen. Und ich glaube nicht, dass sie Schmerzen hat, denn sie benimmt sich wie immer Sprünge, das klappt alles. Natürlich wird sie hier wieder ganz schön verwöhnt, denn sie ist ja diese sieben Wochen und anschließend noch vier. Und ich glaube, das ist ja auch ganz gut. Vielen Dank. Vielen Dank.